Shisha and yeah, der Raum voller Crime Lass mich massieren von der Bitch aus dem Club Die ekelhafte Bitch hat ihre Zähne nicht geputzt Kein Bock mehr auf die Bitch, ich schmeiß sie raus Blu-Ray an und zurück auf die Couch Diese Welt ist geschockt, ne Lunge voller Smog Ausblick genießen aus dem 15. Stopp Lass mal hauchen bis die Lunge brennt Ich chill zu Hause in mir unterhemd Ich zieh tief ein Es kann keiner so mies auf dem Beat treiben wie wir zwei Lass mal hauchen bis die Lunge brennt Ich chill zu Hause in mir unterhemd Ich zieh tief ein Es kann keiner so mies auf dem Beat treiben wie wir zwei Ah, ich bin broke und richtig abgefuckt Ich bin der Junge aus der Nachbarschaft Die Nacht wurde durchgemacht, ich bin kaputt Erwartungen steigen, ich spiel den Druck Ich muss mein Mixtape endlich rauszau'n Nur die Mucke kann mich aufbauen Raider können Blasen gehen Meine Lines zeigen Deckung so wie Blasentee Rapper sind aus Pappmaschinen Sie haben nix auf der Reste, weil die Takte fehlen Sie stecken gerade in der Pubertät Tag live ist nicht deutsch, alter Tupac lebt Alles wäre anders gekommen Lass mal ziehen, die Lunge voller Smuck Mach mal nett auf Gangster Battle Rap Denn keiner von euch Gangstern battelt fresh Lass mal rauchen bis die Lunge brennt Ich chill zu Hause in mir unterhemd Ich zieh tief ein Es kann keiner so mies auf dem Lied rein wie wir zwei Lass mal rauchen bis die Lunge brennt Ich chill zu Hause in mir unterhemd Ich zieh tief ein Es kann keiner so mies auf dem Lied rein wie wir zwei Wie ich merke, hören alle nur noch Scheißdreck Deswegen nehm ich den ganzen Rappern das Mic weg Nur wegen einem Deal feier dir den ab Schau mich, seh wie diese Rapper bei anderen Rappern abschauen Ein alt Traum wird wahr Deutschrap, rote Zahlen Aber Bruder, irgendwann kommt unser Tag Und dann wird erstmal einiges geändert Wir setzen neue Trends für die MCs Rapper tragen Pampers Ich hab ein Glauben, trotzdem bin ich nicht religiös Du willst Beef, dann komm her, ich geb's dir mit nem Köhl Rapper haben schwache Nerven Ich sieh sie zusammenbrechen Rap-Bulimie Rapper gehen zusammenbrechen Händchen haltend auf die Toilette M zu dem A, aka Deutschlands Rettung Und ich frage mich täglich, was ist neu am Kopf los? Deutschrap, Torso, Kopf los 6 zu der 4 6 zu der 4 6 zu der 4 Darmstadt regiert Darmstadt regiert Rapper machen hier auf hart, doch sie wirken feminin Durch den Duft, den sie tragen und ein total engen Jeans Ich und meine Jungs sind wie Frauen beim Parken Wir nehmen alles mit, so wie Kleptomanen Rapper sind am Wohnen, so als hätten sie das Downsyndrom Posten ihre Mucke, doch sie kriegen keinen Daumen hoch Pausenlos seh ich Fäcker wie sie brav die Pfötchen geben Sich n Beat picken und darauf dann böse reden Man, ich werd mir keine Blöße geben Um den Scheiß, den ihr fabriziert dann wieder schön zu reden Ihr macht Rap-Technisch auf Spitzenathleten Doch ihr seid paralympisch an den Spitzen vertreten Euer Lifestyle erinnert mich an mitten im Leben Schnelles Geld heißt bei euch Pfandflaschen abgeben Es geht 6 zu der 4 Darmstadt regiert Du bist infiziert 6 zu der 4 6, 6 zu der 4 Du bist infiziert 6 zu der 4 6, 6 zu der 4 Darmstadt regiert 6 zu der 4 Du bist infiziert 6 zu der 4 Darmstadt regiert Darmstadt regiert Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Kieler ist ein guter Platz. 1-on-1, er hat den Defenders down, no end. Gut reading of the play, anticipating the pass. Now, Bastian Schweinsteiger, trying to make a slight tackle. Here it is with Revolution. Intercepted the play, saw the pass coming. It's a good run off the ball. Here's the goal from Augsburg. It's a goal for Augsburg. 18 minutes played, 1-0. Thanks, Alan. Throwing for Bayern Munich. Gomez. Oh, in goes the cross. This defender needs a clearance, and it was a good one. And it leads to the shot. Fabulous goalkeeping. Advan Neuen. Corner given. Very powerfully done. He's such an athletic defender. And he's got the ball away. And his teammates are applauding him for it. That advantage suits Bayern Munich. Oh, great interception. That has stopped the attack. And he's found his teammate by cleverly lifting the ball over the outstretched leg of the defender. I do think this team are clever when they do it. He's going to shoot. And it's in by the post. Well, he managed to put it into the back of the net. And the keeper just couldn't reach it. The keeper's hoping the post was going to come to his rescue. And he didn't quite get it. Well, after the goal, we've opened the scoring here. 1-0. That's in Schweinsteiger. Schweinsteiger. News of a goal from Mönchengladbach. It's a goal for Hoffenheim. 29 minutes, please. 1-0. Cheers, Alan. The defender hasn't done well at all. They're passing the ball nicely to get onto the attack here. And here's Schweinsteiger. Gomez. He's definitely in the category of goal poacher. And the pass cut out in a truly vital time. Ball. Throw it. Good ball. Play building up nicely now. And he tries for goal. That's Neuer. And it's rest. That's McLean for a corner. On the front foot again. The team that's leading right at a goal. Delft with by the defender, the cross. Frank Ribéry. Reinsteiger. News of a goal from Freiburg. It's a goal for Freiburg. 38 minutes, please. 1-0. Thank you very much, Alan. Well, we're out there. It seems to be very quick. The real Bayern Munich haven't yet turned up here today. It's a surprise. They don't normally fall below the accepted standards at the football club. But as the race turned out so far, still maybe a second half showing will help them get the result that they thought that they would achieve in the first place. That is a super interception. That is a super interception. Nice to talk about players trying to stay upright at the moment. And he's certainly done that. Goal news from Punch and Gladbach. It's a second goal for Hoffenheim. 45 minutes, please. 2-0. Thanks, Alan. Super skills. Goal news. Such great talent on the ball. The referee is single for half-time and it's 1-0 here. It's been a very good watch this first half. So close on the scoreline. But also, both teams are really striving to get goals. Yeah, and if it carries on like this in the second half, I think we will see some goals. The question is who can be the more clinical? Well, the teams that are in front are going to try and keep in front with a change here. The player being brought on from the bench. And here's Schweinsteiger. Thomas Müller. Slid in. Here they are. Tries his luck! It's a goal and they're level. Small fry they might be, but they've had a big moment here and they're level. They've got great spirit within this team. They would not lie down and who knows now. We're all level again. 1-1 the score. Not very well worked that throw-in routine. They've lost the ball. Well, they've got the ball back. A quick break is on. They're in with the challenge. Oh, and the counter-attack has turned into a bit of a limp attempt to get forward. They've lost the ball. He's hungry for goals. No doubt about that. Has been a sending off. And in the top arena. It's a sending off for Hamburg. They're down to ten men. It's Paul Shawna who's received his marching orders for an ugly challenge. 53 minutes played. It remains 1-0. Cheers, Alan. Well defended. Got his body there. Thomas Muller. Goes in with a slight tackle. They're passing it well here. That's good attacking. And here's the shot. And he's not just got there. He's hung on as well. Good pass. News of a goal from Freiburg. It's a goal for Mainz. 62 minutes. 1-1. Thank you very much, Alan. Penalty at Hamburg. Alan McAnally. It's a penalty for Hamburg. He steps up to take it. It's a goal. It's been scored by Aptong Wiednir. Here's the header. It's a goal. It's a brilliant header. As that is just where he loves the ball to be dropped. In he goes to attack it. In the ball goes into the net. Well, the opposition didn't they tell him that that was his strength in the air and they've been made to pay for it. Now from the scoreboard here, it says 2-1. Javi Martinez. Clever, but not quite clever enough. Good ball. Good ball. The goal is from Augsburg. It's the second goal for Augsburg. It's been scored by Jan-Chul Kuhn. The ball came back off the keeper. He was first to react. 67 minutes clear. 2-0. Cheers, Alan. Well, that'll be a throw. Well, now they're behind. They've got to try and switch things around. And here comes a substitution. That's a good pass. Shots on here. Just as well as someone's doing away. But, well, this is how it is in terms of shots today. So, it's the big... Day for the manager. A competitive match with his new team. Yeah, he's better to be nervous, isn't he? Because you want to get off to a good start. Two players ready to come on in there. And they're cool. Right. It's going to be a really awkward moment. Because it was a quick counter-attack. But the opposition now have sorted it out. And they're back on the ball. News of a goal from Mönchengladbach. It's a goal from Borussia Mönchengladbach. 74 minutes clear. 2-0. Thank you very much, Alan. Reinstaggen. La. Penalty involving Augsburg. It's a penalty for Augsburg. Up he steps. Has hit the post and out. 76 minutes clear. It remains 2-0. Thanks, Alan. Well, here comes a substitution for the away team. I do think this team are clever when they do attack. Just like this. I don't know they say, but it is offside. According to the officials. Whatever the replays show. And that was promising to build up. For the attacking team. By the offside flag from the assistant. And they're kind of defensively. There's good communication across that back line. They all pushed up as a team. They all pushed up as a team. Here's Feinstaggen. It's a lot to beat Bayern Munich. But the opposition have found all those qualities needed today. Bayern beginning to look like a beaten side. It's been a great game. And there's still a chance for an equaliser here. Mario Balotelli. Passing the ball nicely to get onto the attack here. No, no. The opposition come away with the ball. That's Edna Dattuta. Oh, and through ball there. Not quite reaching its intended target. Two more minutes to be played then. Added time. And he lets fly here. Well, he's done it well. A great moment to score on his debut for his new club. Well, you always want to get off to a quick start. And he's certainly done that. Well, it does absolutely wrap it up. No mercy. They're still going right to the end for an emphatic win. Yeah, they've been really ruthless here. The game hasn't slipped. They've kept the pressure on. And I think all the teams are ruthless on our team. And this team have been exactly that there. With the lighter. Who have been sorting the wounds. The whistle's gone for the last time today. First weekend of the season. A great way to start it. They've won. And they've really looked the real deal for the first 90 minutes. Long way to go, of course. Oh, an awful long way to go. But what a start. The players judging off the pitch. They'll be hopeful of good things this season. Okay. See you. Let's go. Ich hab nie gesagt, dass es einfach wird Ich bin zwar noch immer da, doch ich bleib nicht hier Es hat gut funktioniert und ich setze es fort Ich hoffe, heute nehmt ihr mich beim Wort Das Leben war nicht immer leicht, aber ich hab euch gezeigt Dieser Junge hat einen Traum und er bleibt immer gleich Egal wie, egal wann, egal wo Drück mich runter, aber ich komm wieder hoch Das Leben war nicht immer leicht, aber ich hab euch gezeigt Dieser Junge hat einen Traum und er bleibt immer gleich Egal wie, egal wann, egal wo Drück mich runter, aber ich komm wieder hoch Sie haben mich ausgelacht, weil ich nichts hatte Kein Geld, kein Handy, keine Markensachen Früher war ich für sie einfach nichts wert Kaum hatte ich Geld, kam sie jetzt, wenn nichts wär Früher sagten sie, aus mir würde ich's werden Doch dieser Text über mich wird euch belehren Schon als Kind musste ich früh selbstständig sein Ein Kind ohne Rückhalt, Mann, ich fühlte mich allein Es war schwer in der Zeit, als ich aufwuchs Ohne Mutter, ein Vater, ohne Liebe Ja, das raubt Mut, diese Lügen Coming up now, the classified results Let's join Mike West Thanks Martin and Alan Bundesliga Borussia Mönchengladbach, 1 Hoffenheim, 2 Eintracht Frankfurt, 1 Bayer Leverkusen, 2 Augsburg, 2 Fortuna Düsseldorf, 0 Hamburg, 2 Nürnberg, 0 Breiburg, 2 Mainz, 1 Egal wie, egal wann, egal wo Drück mich runter, aber ich komm wieder hoch Das Leben war nicht immer leicht, aber ich hab euch gezeigt Dieser Junge hat einen Traum und er bleibt immer gleich Egal wie, egal wann, egal wo Drück mich runter, aber ich komm wieder hoch Das Leben war nicht immer leicht, aber ich hab euch gezeigt Dieser Junge hat einen Traum und der bleibt immer gleich Egal wie, egal wann, egal wo Drück mich runter, aber ich komm wieder hoch Untertitelung des ZDF, 2020 Let's look ahead to the next round of fixtures in the Bundesliga The league leaders, Borussia Dortmund, visit 15th placed Nürnberg 4th placed Hamburg, face a trip to 18th placed Werder Bremen Das Leben wird geflüstert, ich hab's gemerkt Ich war loyal und zu jedem korrekt Sie kennen kein Stück von dir, aber reden nur Dreck Verreckt doch, ach ja, schöne Grüße an meinen alten Direktor Kommen sie sich nicht irgendwie schlecht vor Es wird gelästert hinter jedem Rücken Aber dafür wird jeder von euch im Leben büßen Ich wünsche schöne Grüße an meine alte Liebe So wie du mein Herz gefickt hast, ficke ich jetzt deinen Arsch mit Vaseline Also pick dich, mach mich glücklich Ab heute wird sich alles ändern, Bitch, ohne Rücksicht Ab heute wird sich alles ändern, Hops Denn wegen euch bin ich wieder broke Nach dem Track wird es nie wieder so Ab heute wird sich alles ändern, Ab heute wird sich alles ändern, Hops Denn wegen euch bin ich wieder broke Nach dem Track wird es nie wieder so Ab heute wird sich alles ändern, Klappe zu Hören auf Ab heute wird sich alles ändern, Hops